Autofahren, Autofahren, Autofahren Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Versuch H1Z1 Hallo, ich gehe jetzt Ost-Süd-Ost, da unten an die Ecke Ost-Ost-Ecke von der Stadt Ja, willst du mich verarschen, wie soll ich denn da hinkommen? Vor allem, weil da auch schon wieder links und rechts welche runterkommen Ja, mein Gott Du wundest immer Na doch, ich lande hier auch wieder bei den Ah, Punktlandung, Punktlandung, Punktlandung Auf die scheiß Tür Gebt mir die Schrotze, gebt mir die Schrotze, gebt mir die Schrotze Oh Gott, ich habe hier nur einen Revolver Jawoll Na dahinten, sag ich es, je nach Komm durch die Tür und knall ich hier Neun habe ich auch noch gefunden Oh, ein Rucksack Wie buggy ist denn das? Warum kann ich denn drei Waffen aufnehmen? Ich habe eine Schrotze Ich habe alles Alles nachladen hier Hier ist noch ein AK übrigens Na AR Na AR Ich meine, ich habe hier halt eine Tür gehört Oh, Militärrucksack Du willst keine AR haben, nehme ich hier mit Ich nehme es erstmal mit Ja, nimm du erstmal Ich habe ja eine Ich komme rüber gelaufen zu dir in die andere Halle Zack laufen Helm, Rucksack Ach, da ist er ja Boah, Alter Wolltest du eine AR-15 haben? Hast du noch eine mitgenommen? Ja, ja Ich nehme die Richtige hin Ja, ist okay Danke Hast du auch Muni? Nein Muni habe ich keine Aber egal Finden wir ja schon Na komm, lass in eine andere Richtung rausgehen Hier hinten ist noch eine Halle Hier ist auch ein Auto Brüner Pick-up Ich nehme das Ding nach Ich nehme hier die AK Ich fahre schon mal Ich mache die AR wieder weg Ich nehme die AK Keiner gesehen Hat niemand gesehen Ich komme dich dann gleich abholen Damit ich das überlebe Ja, kann auch Molotow Ne, den lässt du da liegen Sag Bescheid, wenn du fertig bist Na, ich bin fertig Kann auch nicht nach hinten kommen Ja Egal, komme ich nach vorne raus Ja Vor allem gegen so ein Explosionsfass Ja, läuft auch Komm, ich komm, ich komm Beide ich Bin drin Dann fahren wir hin Wir müssen nach Süden Dann müssen wir Wir hätten zwar noch ein bisschen lupen können Aber egal Ab nach Süden Ah, komm schon Ja Ich fahre in Richtung Süd-Osten Dann muss man da nach rechts Ich fahre in Richtung Süd-Osten Ja, ist mir schon klar Langsam kann ich die Himmels-Richtung Aber ich muss auch erstmal den Berg hoch kommen Oh, 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 oh Ich habe kein Schiff gedrückt Lass mal da unten links hinfahren Ja, da glaube ich Tönen sie noch zu? Ach, kein Verbandsgassen Wird's mich verarschen hier ist noch eine schrotflinte hast du noch mal nie für schluss habe ich das auto ich gucke auf die hintere tür denkt nur daran dass hier vorne eine fensterfront ist ja ich stehe ja schon extra ich sehe nichts lassen wir mal wieder gehen hier ich weiß nicht kann ich da hinten schießen ich wollte platt fahren aber es ging nicht doch wir werden verfolgt du bist auch verwundet worden ja ich glaube dass ein einzelner der kommt noch der kommt da der nach 98 ist klar die schrotflinte es gibt noch 94 jetzt will mich verarschen was ich hoffe ja habe ich nicht ja gut das war es für die folge denkt kann daumen nach oben kommentieren könnte auch wieder sehen da sehen wir wieder zurück das haus im wald ist das osten ja das da unten da wollte ich noch ein einziges an meere ja ich sehe jetzt gerade ein blaues bläulich weißen dach was größeres neue folge neues glück das ist auch schon mehr falsch neben mir bist du das ja das bin ich da da ist aber links einer links ist eine waffe eine pistole von der hausik hier vorne an der tür das heißt nichts das ist hier bleiben ich ziehe auf die hintere tür eine granate hau ab mit der granate echt links neben uns ist einer ich mach die tür zu ja aber hier ist auch ein loch in der wand fährt ein auto weg oder kommt da eins weiß ich nicht ja ich bin tot nein du Fotze das gibt's auch gar nicht ich wollte den jetzt wie AK her das war auch nicht der der runtergekommen ist das war doch wieder ein anderer ja gut dann würde ich sagen sehen wir uns beim nächsten Mal BABAAA Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Versuch H1Z1 Hallo ich gehe wieder zur Kirche da unten ja ich auch Nord Nord West Gottes Haus kann nur gut sein ich sehe auch nicht ob da jetzt schon jemand landet aber egal was hörest du denn wenn ich tot bin du kannst sagen da kommt ja einer aber das bist du ja du ok ich bin unten ich auch ich glaube hier ist weiter keiner gelandet ich habe auch schon welche ich habe nur keine Ahnung wie man die aus wie wusste man hier aus muss er auspacken muss er ins inventory gehen und rechts klick drauf rechts klick drauf rechts klick drauf auspacken ok ich habe 30 Pfeile dann dann ah ok so warte mal ich muss noch die Waffen laden da brauchst du Pfeile im Moment nicht ich habe ich übersehen ein Auto für geil ich höre schon wieder hier ins Land fahren ich gehe zum Wohnwagen ich komme auch hinten raus aber diesmal habe ich eine Granate diesmal will ich eine Granate vom Kopf schmeißen das kannst du glauben von uns sind noch mehr Wohnwagen ja hier sind auch noch mehr Pfeile im Bogen kurz jetzt habe ich 49 Pfeile ja wir müssen nach Norden das ist doch ein Campingmobil oder nicht also können wir doch ja auch campen ab nach Norden mal links sind auch noch Camper von uns ja habe ich gesehen rechts ist noch ein Zeltlager aber ich sage ja Gottes Haus ist gut du hast meins noch besser wäre es wenn hier noch ein schönes Auto gestanden hätte hier steht sogar eins guck mal ich habe eine AR ich schmeiße die Pfeile wieder weg so macht das so ich habe ein Auto gewonnen alles klar ich sage doch Gottes Haus Rucksack ok bin drin Richtung Norden hast du gesagt ne ja rechts wird noch ein Zeltlager rechts wird noch ein Zeltlager aber hier da fängt man regelmäßig auf die Straße nach im Zeltlager ist ja meist nicht viel da oben guck mal das ist viel interessanter da oben weiß gut aber weiß dass da welche sind ne ja hier saß interessant ja er ist auf jeden Fall die Tür offen die Türen sind offen fahr weiter Türen sind alle offen hier sind sie zu die Türen willst du gucken den? ja ich gehe hier liegt auf jeden Fall eine AR-15 hier liegt auf jeden Fall eine AR-15 Mr. Molotov ist nicht gut was du machst ich schmeiß doch mehr über den Kopf hinter der Tür war offen ok könnte irgendwo einer sein hier oben ist er auf keinen Fall weil hier hätte er eine Schrotze liegen lassen vielleicht hat er ja schon eine die ich mich jetzt auf jeden Fall mitnehmen werde und ausrüsten sollte hier oben einer sitzen so da sehe ich keinen Alter ich wollte grad schießen du willst mich verarschen und siehst mich doch ne ich hab dich echt nicht gesehen ich hab mir das nicht angezeigt ich zieh dir grad echt fast Schrot in den Kopf hier blasen ich glaube wir könnten sogar in der Safe Zone sein Safe 5 na wir könnten noch ein bisschen weiter rein also weiter ja lass mal weiter rein da ist einer 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 da sind zwei Stück da sind zwei Stück drauf der kommt raus du das Auto hat er mich abgeknallt meine Fresse Alter dieses Spiel macht mich wahnsinnig ja du blutest du Hund ja ich würde sagen danke für diese Folge danke für die Zuschauer und wir sehen uns beim nächsten Mal tschau tschau okay Untertitelung des ZDF, 2020